Wir befinden uns jetzt aktuell hier. Wir gehen raus, rüber, rein. Wir klären diesen Raum hier. Gibt es zur Nebenwohnung? Wir klären die Nebenwohnung. Gehen wieder raus, gehen in 202, klären die zwei Wohnungen, klären den Rest. Oder wir machen, klären die Gänge, klären die Mitte. Also, warte, gehen gleich. Gang, raus, rein, raus. Das ist eine Idee. Ich bin mit dir. Hände auf deinem Kopf! Ah ja, eine MP habe ich mir jetzt genommen. Ja, ich habe Cups. Zip' em' up. Element, um zu sprechen. Wir haben einen Suspekt hier, Suspekt detainter. Gehe ich mit? Eben, das ist gut, let's go. Ist offen, offen ist kein gutes Zeichen immer. Das ist noch mal anders. Gehe ich gerade da raus. Hat mich wer? Gehe ich gerade da raus, ich habe deinem Kopf. Gehe ich gerade raus. Gehe ich gerade raus. Gehe ich gerade raus. I see him! Hands up now! Drop to your knees! Talk reporting. Copy. EMTs and trailers are standing by. There's another one. Cuff him! Going into the cuff. They're buckled up safe. Contact! Okay. I can't do it. I can't do it. I can't do it. I can't do it. No! No! I need some lab down there. What? Police! Down in the ground! Police! Hands up! Contact down! Put your fucking hands up! Got it! Secure it! You'll be home soon! Down! They need attempts! Secure! Cover me! They're farming the device! Where's the gun? Suspect is down! Notifying trailers! Moving into handcuffs! We're gonna get you to safety! Handcuffing! Let's go! High ground doctor! Talk to you with me! Copy that! Trailer's incoming! Evidence secure! Move and clear! Ready! Moving in! We should check out an opening here! Hands above your head! Take it easy! Slow down! Hands up! Put your hands up! Hands on your head! Do it now! On my six! I got you! Provide support! On your six! I got you! I got you! Hands up! Down on your knees! Down on your knees! I'm around to talk! Civilian is secured! This is talk! Copy that! You got you! You got you! Yeah, but until now it's going! Until now it's going! Unlock it! Unlock it! Unlock it! Ready to go! LSPD! Don't move! Going into the car! I mean... Suspects are making it safe! Patrick, öffnen. Okay, da kann der Staubsauger ums Eck. Was ist das? Stay here, do not get in our way. Huh? Really? You think I'll just... Shit! Entry team are talking. Civilian is standing by for trailers. Talk to entry team. I'm contacting us. Copy entry team. Notifying trailers. Copy! Got one down. Talk to entry team. Roger that entry team. Tag him. They keep moving. Move in. Clear the room. Deck. We no longer have control of the situation. Fall back. Nice. Dude, Anton. He's out. He's out. He's out. Okay. Na gut. Das wars dann. Wieder mal. Schauen wir, dass wir den nächsten machen. Ach Gott. Ich sage es euch. Ich nehme da noch eine neue. Und die tun wir gleich. Ich gebe auch noch gar nichts an. Aber, nein. Es ist... Ich bin jetzt... Es war eigentlich dumm. Ja, ich war wieder unnötig. Ich dachte ich kann durch die Wand ballern. Aber das kann ich ja eh nicht. Ja. So. 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 Leg mal los. Jetzt sind wir in der Mitte hin. Ja. So. 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 Suspett ist fertig. Suspett ist fertig. Suspett ist fertig. Es ist gut zu gehen, verabschiedet. Was passiert hier? Copy, weiter. Was passiert hier? Was passiert hier? Element, talk. Suspect is incapacitated. Talk reporting. Copy. Element. Restrain him. Got him. Ja, bitte. Zip dock. Safe. Wo der eine jetzt wirklich hin ist, war der nicht. Was passiert hier? Was passiert hier? Talk reporting. Copy. Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Ist euch . Was passiert jetzt? Astrid? Ja. Ich verzweifle gerade an dieser Mission, richtig. Gut. Angenehm Leute, dann war's das. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich brauche ein bisschen Pause. Ciao.